Ja, liebe Narren und Narren, herzlich willkommen in einem kleinen Büro an der Theke. Na, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich wieder unterläuten darf. Weißt du, allein trinken, das macht einfach keinen Spaß. Es gibt Männer, die können nicht pinkeln, wenn einer dabei steht. Und ich kann nicht trinken, wenn keiner dabei steht. Nein, man will doch zeigen, was man drauf hat. Weißt du, ihr kennt die Bilder von diesen Hunderrennen? Wie unruhig die magersüchtigen Köter da vor dem Stach debil jaulen mit Sammeln und Läften mit ihren Hufen und Scharren und darauf warten, dass sie endlich hinter diesem bescheuerten Stoffhersen herläuft. So bin ich, wenn ich in die Kneipe komme. Der Kürbis ist mein Stoffhase. Dann will ich mich mit den Besten messen. Und das geht zu Hause einfach nicht. Da ist doch nur meine Frau. Die fährt mir doch schon in den Lirium, wenn sie sich abends die Knie mit Franz Brandwein einreibt. In diesem Sinne, sehr zum Wohlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alles Gute. Alles Gute. Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es, wenn ihr seid? Ja, wir haben sie. Weil ich nicht zusammengeklebt.